Das ist eine Schale. Ich möchte auch eine Schale machen. Okay. Die sind ein bisschen glatt machen, ne? Erstmal machen wir eine Tasse, ja? Ja. Kann ich die Tasse nehmen? Kann ich die Tasse nehmen? So, ein Puzzle. Wow, so großartig. So, Anon. Hier kannst du dann wieder anfangen mit Loch in den Daumen reinstecken. Wo ist jetzt mit der Boll? Ist gut, ob du dieses eine Boll? Ist doch nicht. Wenn du das eine Bollower sie hier verraten? Wegehen die in der Bollower. Das ist gut, doch. Sie fragen, ob Sie das Kind machen können? Ja. Sie sagen, Sie sehen wie ein Profesional. Wie kann ich das Kind sein? Ja, aber ich mag, dass ich Dinge mit meiner Hand mache. Ich bin ein kleiner Artikel. Ja, ja. Das ist eine Vase, Anu, was Sie hier gemacht haben. Willst du eine Vase haben? Ne, ist auch ein Becher. Das ist das größte Becher. Der Lehrer sagt, kannst du das so machen, weil es so gut ist, dass ich es nicht so gut machen kann. Ja, ja, es ist zu tief. Ja, ja. Das ist natürlich nicht so gut. Na ja. Ich bin ein weiteres Fass. Einen Therm bon. Ist doch kein Problem. Ich bin ein kleineres Fass. Ich bin ein kleineres Fass. Ein kleineres Fass. Das ist eine kleine Kaffee. Einen schönen signs colleagues.